Hallo, ich bin die Claudia. Hallo, ich bin Susanne. Von Glücklich. Herzlich willkommen. Ja, uns gibt es jetzt schon seit ungefähr einem Monat in Much und eigentlich möchten wir uns auch noch mal bedanken bei all den tollen Menschen, die in der Zeit uns schon besucht haben. Wir haben so viel positiven Zuspruch erfahren, das freut uns total. Es haben sich schon so nette Gespräche hier entwickelt. Darüber sind wir und wie wir erfahren, haben viele von euch wirklich sehr glücklich. Ja, ganz viele mussten auch in den ersten Wochen vor der Tür warten, weil es einfach zu voll im Geschäft war. Wir dürfen ja momentan leider nicht so viele Menschen reinlassen. Deswegen besteht auch die Möglichkeit, dass ihr bei uns einen individuellen Shoppingtermin bucht. Tut euch mit zwei, drei Freundinnen zusammen, meldet euch bei uns und dann könnt ihr auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten gerne bei uns shoppen. An den Adventsamstagen haben wir jetzt bis 16 Uhr geöffnet und kommenden Samstag beim Nikolaus Shopping sogar bis 18 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Ja, was gibt es denn eigentlich alles bei uns? Natürlich Damenmode, Schuhe, Accessoires, Schmuck, was haben wir noch? Auch Handtaschen, Portemonnaies, sowas alles und natürlich Deko- und Geschenkartikel. Und ihr könnt bei uns auch individuell kleine Geschenkepäckchen zusammenstellen lassen, ganz nach euren Wünschen. Das ist, denke ich, ja gerade jetzt in diesen Zeiten ganz nett, weil man sieht viele Freunde nicht mehr so häufig. Man kann sich nicht mit Leuten treffen und dann gewinnen so kleine Aufmerksamkeiten vielleicht auch eine besondere Bedeutung. Das habe ich zum Beispiel selber am Sonntag erlebt, als plötzlich eine Freundin vor der Tür stand mit einem liebevoll gepackten Päckchen, mit Leckereien und einem sehr schönen Engel drin. Manchmal sind es halt die kleinen Gesten, die einen dann glücklich machen. In diesem Sinne wünschen wir euch eine entspannte, vielleicht gerade aufgrund dieser Situation wirklich etwas ruhigere Adventszeit. Genießt es und wir freuen uns darauf, wenn wir euch bald hier wieder begrüßen dürfen auf der Hauptstraße 20 in Much bei Glücklich. Tschüss! 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 Tschüss!